heute haben wir die marke hot wheels dodge ich präsentiere euch die deutsche modelle die in meiner sammlung vorhanden sind fangen wir an mit hot wheels premium hot wheels premium fast and furious rear riders habe ich jetzt zwei von den dodge charge 68 modell sind sehr schönes modell hier riesig extrem lang breit laut ja dies ja für mich würde ich sagen traumauto klar stück viel benzin aber lohnt sich so das war der deutsche charger dann habe ich den dann habe ich als nächstes den deutsch srt viper gtsr forza horizon ja der viper ist sehr schön xbox schön drauf geklatscht schön mit der farbkombination schwarz matt gefällt mir richtig hier super spoiler hinten sehr aggressiv ja gebaut so dann habe ich den viper srt nochmal in dem fünfer set hier oben auch sehr schön in der farbe als nächstes kommt der 2015er dodge challenger srt die hellkett ist auch ein monster hier die ist riesig lang breit v8 motor so dann hätten wir jetzt noch den nochmal den dodge challenger aber als srt dämon baujahr 2018 hier dieser graue also die graue lack matt lack mit der farbe mit schwarz kombiniert sieht echt super aus dann habe ich den roger dodger ich gehe mal davon aus dass das auch ein deutsches magic 8 ball dann habe ich als nächstes ein treasure hunt sieht man dort sieht man dort trejant den deutsch schweden 77er ums nas zweimal gefunden so dann habe ich nochmal dodger kann man oben komplett reinschauen das war es dann mit den dodge modellen wünsche euch viel spaß damit und dann möchte ich mal sagen bis zum nächsten mal so 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 so